Manche Dinge sind so offensichtlich, dass sie dann doch wieder nicht offensichtlich sind. Und ja, eine dieser Sachen ist scheinbar das Anpinnen der Klassenaufgaben. Da wurde ich nämlich häufiger in den Kommentaren gefragt. Deswegen dachte ich mir, ich zeige das jetzt einfach einmal in einem ganz kleinen Tutorial. Und zwar gehst du in den Loadout-Bildschirm, also hier Bewaffnung. Da hast du hier oben links das Klassensymbol. Da gehst du mit einem Cursor drauf und dann kannst du hier sehen, mit welcher Taste du es anheften kannst. Am PC geht es tatsächlich mit der Leertaste oder auch per Linksklick. Und genauso kannst du es auch wieder entfernen. An der Konsole steht da dann entsprechend hier in dem Tooltip die entsprechende Taste, mit der du es anheften kannst. Hier unten links siehst du übrigens auch, dass du hier die Verwaltung der Haftnotizen öffnen kannst und auch verbergen kannst und die verwalten kannst. Und da kannst du auch einzelne Aufträge, nicht anpinnen, sondern angepinnte Aufträge lösen, sodass sie hier nicht mehr angezeigt werden. Gut, so. Ich hoffe, damit sind alle Ungleichheiten beseitigt und dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.